Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen sollten Ratschläge für den Arztbesuch und Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen sollten Der Besuch beim Arzt stellt für viele Patienten eine Stresssituation dar, gerade wenn es um die Besprechung einer Krebsdiagnose geht. Man ist aufgeregt und denkt nicht an alles, was man eigentlich fragen wollte, oft bleibt das Aufklärungsgespräch auch nur bruchstückhaft in Erinnerung. Es ist völlig normal, dass nicht alle Fragen innerhalb eines einzigen Gespräches geklärt werden können und Sie vielleicht nicht alles sofort verstehen. Bereiten Sie sich schon zu Hause auf Ihren nächsten Besuch beim Arzt vor. So können Sie in Ruhe überlegen, was Sie von Ihrem Arzt wissen wollen und welche Informationen für Sie wichtig sind. Hier einige Tipps, schreiben Sie sich alle Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen wollen, auf. So können Sie während des Gespräches nichts vergessen. Generell gilt, scheuen Sie sich nicht davor, mehrmals nachzufragen, wenn Ihnen etwas unklar ist. Sie haben das Recht darauf, zu verstehen, was mit Ihnen passiert und was auf Sie zukommt. Es ist wichtig, dass Sie die physische geplante Therapie und die Nebenwirkungen verstehen, um eine optimale Entscheidung treffen zu können. Wenn Sie es wünschen, können Sie eine Begleitperson zum Arztgespräch mitnehmen. Vier Ohren hören manchmal besser als zwei. In der Aufregung vergisst man oft, was der Arzt gesagt hat, und so haben Sie die Möglichkeit, sich nach dem Arztbesuch mit jemandem darüber auszutauschen. Sie haben das Recht, eine zweite Meinung einzuholen, wenn Sie mit dem Gespräch mit dem Arzt unzufrieden sind. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Arzt vertrauen können und zwischen Ihnen ein gutes Verhältnis herrscht. Diagnose Krebs Diese Fragen sollten Sie Ihrem Arzt stellen. Welche Art von Tumor habe ich? In welchem Krankheitsstadium befinde ich mich und was bedeutet dies? Welche Behandlung schlagen Sie für meine Erkrankung vor und warum? Wie wird der Ablauf der Behandlungen sein? Werde ich stationär aufgenommen oder werden diese ambulant durchgeführt? Welchen Nebenwirkungen kommen bei der geplanten Therapie auf mich zu? Gibt es Möglichkeiten, diese Nebenwirkungen zu lindern? Können die geplanten Therapien langfristige Folgeerscheinungen haben? Wie schnell muss ich eine Entscheidung für die vorgeschlagene Behandlung treffen? An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch Fragen habe? Wie wird sich meine Erkrankung zukünftig wahrscheinlich entwickeln? Wie sehr werde ich in meinem Alltag eingeschränkt sein? Werde ich Unterstützung brauchen? Kann ich meinen Beruf weiter ausüben? Werden Sie mein betreuender Arzt sein oder werde ich im Laufe der Behandlung auch auf andere Ärzte treffen? Wenn ja, warum? Welche Rolle spielen die einzelnen Ärzte? Kann ich selbst etwas dazu beitragen, den Erfolg der Therapie voranzutreiben? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mich überfordert fühle? Gibt es auch Möglichkeiten für meine Familie, Unterstützung zu erhalten? Diese Beispiele für Fragestellungen sind als Hilfestellung für Sie gedacht, scheuen Sie sich jedoch nicht, auch alles andere zu fragen, was Ihnen persönlich wichtig erscheint.